und sei damit ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen folge atlantik fliegt ja wir waren in der letzten folge stehen geblieben das gucken oh ja stimmt wir haben ja mehrere schiffe versenkt muss verstöre er kotzt mich immer noch an eh dass alles abgestürzt ist alle videos weg auch mehr nur eh naja gut nicht lange schnacken weitermachen oder neu anfangen so so die graf spä schicken wir mal hier vor dakar hin die beiden ist leicht beschädigt die schicken wir mal nach hause frankreich so so du kommst jetzt da hin hier kommt hier hin du kommst hier hin mal gucken was ist da auch hier sehen wir das hier also wo schlachter voranker liegt so 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 13 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 13 14 11 12 12 14 15 15 16 16 16 15 August 1940, also da kriegt man die erst. Die kriege ich erst 42. Die kann ich mir jetzt nicht leisten, die auch nicht. Gut. Okay. Du wirst jetzt repariert, dauert zwei Runden. Sieht ihr hier? Wird repariert. Status 2, also zwei Runden, dann ist sie fertig. So. Ihr kommt jetzt vor England zum Einsatz. Gut. Gut, gut. So, dann schicken wir euch hier hin. So, schicken wir hier hin. Hier. Ihr kommt hier hin. Und da ist er schon repariert. Sehr schön. Du kommst hier hin. Ajax, Ashanti, 5 Frachter, 1 große und 3 große Frachter. Ja, ich würde sagen, dann greifen wir mal an, wa? Die Ajax war ja damals im Gefecht mit der Graf Sp. Giuseppe, 1, ago ist hawn. Das ist Fertig. Als Chance gibt es ein Fest hat. Ja, jetzt habe ich gemütlich. so wisst ihr was wir warten noch eine runde im herzegdorf Wir probieren es mal aus und füren wir alle ab. Oh, ich weiß nicht, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020